Jan und Finn sind zwei Freunde und gute Sportler. Sie gewinnen fast jeden Preis. Heute fahren sie nach Leipzig zu einem Sportturnier. Dort treten sie gegen zwei Sprinter aus Stuttgart und Leipzig an. Jan sagte, viel Glück, ja auf ein faires Rennen, sagte Finn. Der Stuttgarter mit Namen Hans sagte, ihr seid Arschlöcher. Der andere Thomas sagte, ja ihr seid voll scheiße mit eurer Arroganz. Im Finale des Rennens treten Stuttgart gegen Wittenberg an. Dann ertönt der Startschuss und sie ran los. Kurz vor der Zielgeraden knackt der Fuß von Thomas um. Finn und Jan rannten nicht über die Ziellinie, sondern die halfen Thomas. Aber Hans rannte über die Zielgerade und Stuttgart gewann. Alles okay Thomas? Nein, ruft bitte einen Notarzt. Jetzt kommt die Preisverleihung und der Platz 3 geht an das Team aus Leipzig. Platz 2 geht an das Team aus Wittenberg. Und der erste Platz geht an das Team aus Stuttgart. Die Teams aus Wittenberg und Stuttgart wurden gute Freunde und Thomas wurde ins Krankenhaus gebracht. Musik 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 Sie Anstimation